Wenn wir in die Statistik schauen zur Frage von wer verdient wie viel, müssen wir klar sagen, Frauen verdienen bis heute 36 Prozent weniger als Männer. Das hat unterschiedliche Gründe. Wie viele Stunden sie arbeiten, in welchen Branchen sie arbeiten, in welcher Position sie arbeiten natürlich, also wie hoch sie die Karriereleiter kommen. Aber es gibt immer noch einen Rest in diesem Gender Pay Gap, den man nicht erklären kann. Also wo man auch die Statistik Austria sagt, diese 11-12 Prozent Gehaltsunterschied können wir statistisch nicht erklären, außer durch Geschlechterdiskriminierung. Also blanken Sexismus auf dem Lohnzettel.